Komm, ob du die schon verbinden kannst. Die Ecken sind eher das Wichtige, ne? Geht, ja. Geht ohne Probleme. Und oben? Nein, das Förderband ist zu steil. Okay, dann muss das hier nochmal weg. Die drei. Das dürfte jetzt aber zu steil sein, ne? Nein. Was ist das? Gut, dann mach ich das jetzt einfach überall. Ja. Wenn man einmal im Saft ist, macht das richtig Bock, ne? Wenn man einmal im Saft ist, macht das richtig Bock, ne? Was auch immer jetzt bei dir Saft ist. Ich meine, wenn man einmal jetzt drin ist und weiß, wie es funktioniert, ne? Dann ja. Ich krieg den aus irgendeinem Grund hier nicht gesetzt. Oder ist es schon einer gewesen? Da war schon einer bei mir. Bei mir nicht. Hast du wieder den Unsichkeits-Bug? Ja. Unsichkeits-Bug? Den hat soweit ich weiß, laut Gronkh immer nur der Mitspieler, ne? Das ist möglich. Ich hab das noch nie getestet. Also noch nie mit anderen getestet. Das heißt, das könnten wir eigentlich unendlich dann hochbauen, oder? Sehe ich das falsch? Ja. Es sei denn, es gibt noch oben eine Begrenzung vom Bau-Limit. Aber ich hab mich ja gestern, also in der letzten Session, ja mal ziemlich weit hochgebaut, Sehr, sehr hoch. Und man kann sich auf jeden Fall sehr hochbauen. Also... So, hier kommen die Rohre raus. Das ist schön. Hier kommen auch die Rohre raus. Das gefällt mir auch. Hier die Platten. Da sind Platten. Das heißt, wir können dieses Thema erstmal abschließen, ne? Ich würde sagen, ist abgeschlossen. Hier ist auch ein Problem. Oder sehe ich das falsch? Das ist irgendwo ein Problem. Ist das... Passiert das bei dir auch? Ist hier irgendwas, was fehlt oder so? Oder läuft das bei dir? Nee. Genau da, wo du stehst, dahinter steht alles. Okay. Ich verbinde mal neu, aber... Jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Okay. Das war komisch. Läuft aber bei dir auch jetzt, oder? Okay. Das weiß ich auch nicht. Irgendwas nicht verbunden, aber zwar verbunden aus. Ja. Ja, ich denke mal erstes Neubau-Projekt. Fabrik 2.0 fertig, ne? Ja. Also... Stahlproduktion läuft. Also die Frage ist, was wir jetzt als nächstes machen. Ähm... Ich würde diese Plattform, die wir aktuell haben, jetzt gerne einmal quasi kopieren, und zwar drüber. Drüber. Genau. Also von der Größe einmal genau so bauen. Okay. Wolltest du nicht eigentlich in die Tiefe gehen? Ja, bei... Bei der Stahlproduktion, aber ich wollte erstmal Kupfer haben. Ja. Wolltest du Kupfer auch so weit auslegen? Ich meine, wir haben ja nur zwei Kupferquellen, aber okay. Ja, aber Kupfer wird schon wichtig, würde ich sagen. Wir könnten auch Kupfer mit, ähm... Mit Dingen zusammenlegen. Wie heißt das? Mit Stein. Auf einer Ebene Kupfer und Stein zusammen, oder? Mit Kalkstein. Kann man machen? Ja, genau. Wenn du eben mit bei dem Ausbau hier oben helfen magst. Ja, klar. Ich bin da. Ich muss nochmal schauen, wie weit wir hier rausziehen müssen. Ich hab schon kein Material mehr. Das ist schlecht. Solange es heute nicht noch Tote gibt durch den Absturz. Ich hab genügend Material. Ja, immer Panik vorne. Ja. Also auf die Entfernung darfst du eigentlich nicht abstürzen nach unten. Also jetzt auf die nächste Tief-Ebene. Äh, tiefliegendere Ebene. Baaah. Ne, das nicht, aber ich mein jetzt komplett runter. Ja, ich hab das mit der Funktion. Scheiße. Ja. Können wir einmal den Rahmen bauen? Ich bin grad dabei einmal hier drum herum zu bauen. Werde das meins? Ja, das meinte ich. Ich hab ein Problem. Das kann man halt gar nicht. Okay, ne, ich hab doch kein Problem. Da war bei mir anscheinend eine Platte unsichtbar. Alles gut. Ähm. Ähm. Platte? M heißt jetzt nochmal was? Ich weiß nicht, ob hier ne Platte ist oder nicht. Scheiße. Muss ich? Soll ich? Wahrscheinlich. Was? Äh, komm. Äh, kannst du... Mal... Wow. Wow. Was passiert hier? Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Ne, bau du erstmal. Okay. Wir bauen einmal den Rahmen zu Ende, ja? Ja. Du dürftest ja eigentlich an der Stelle erkennen, wo ich mich drum herum gebaut habe. Ja, wenn es die eine ist, die ich... Ich hab irgendwo gerade aus Versehen an der Platte hier gesetzt, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob hier da nicht, ob da einer ist. Was? Vor du weiter und was warte? Okay. Ich hab die Platte unten. Und unter dir abgebaut da hinten. Perfekt. So, jetzt komm mal mit. Existiert die... Weil ich die hier auf die Ecke eine. Also hier zwischen. Welcher? Die? Okay. Existiert bei dir die hinten nochmal eine. Warte. Hier. Hm, die? Okay. Haben wir das geklärt, ne? Oh. Ich brauch zu viel. Ja. Wird das jetzt eigentlich unten drunter dunkler, weil... Das werden wir gleich herausfinden. Ja. Genau. Hast du ja gestern drüber gesprochen, dass wir ja keine Beleuchtung spielen, ne? Ja. Das ist störtlich. Und wenn schauen. Dann... Lustig mal sehr schön in die ganzen Wände zu ziehen. Yeah. Würde ich hier erstmal noch lassen. Weil wir eventuell ja noch überall hin erweitern müssen, ne? Ja. Ja, die kann man dann wieder rausnehmen. Ist jetzt nicht so die Welt. Ja gut. Wenn du unbedingt schon Wände bauen willst? Eigentlich ja, dann ist... Das... Hat die Fabrik den Anschein, dass sie fertig ist. Und man fällt nicht runter, ne? So, ich springe dann einfach mal runter, ne? Hast du schon nichts mehr? Kein Material mehr, ne? Aber wir haben gar nichts mehr drin, ne? Ich hab alles mitgenommen. Das ist gar nicht wie viel ich noch habe gerade. Auch nicht mehr so viel. Ne? So. Ne. Kriegen wir die Plattform noch zu Ende gebracht? Wahrscheinlich nicht mehr. Fisch. Na, ich würde die Wände halt später wirklich erst bauen. Na, ich gucke, dass ich jetzt mal die Plattform fertig kriege. Oder? Was braucht man für die Wände? Ich würde es aber andere Wände wieder nehmen, ne? Ja, man braucht aber dafür auch nicht die Ordnung. Man braucht halt nur auch viel Beton für die Wände, deswegen... Ja. Da wir wenig Beton derzeit haben, weil wir so viel vergeuden auch, ne? Was heißt vergeuden? Ja. Wir brauchen das. Ich würde es erstmal auf die Produktion noch gehen. Ja, ich hab nichts dran. Ich hab kein Material mehr. Du könntest mal gucken, ob du vielleicht dieses G-Pad und so bauen kannst. Ja, da hatte ich tatsächlich mal was gesammelt für. Ähm... Wo willst du denn das haben? Die 2. Im Aufzug. Welcher von den beiden Feldern? Das eine ist geht, das andere ist Sprungling. Egal? Ja. Boden ist zu steil. Ah, ja. Ähm... Hier kann ich drin sitzen. Hier nicht. Ja, ähm... Der Freiraum reicht nicht. Was? Alter, wie riesig sind die Dinger? Ja, siehst du ja. Du scheiße. Ja, was ist das jetzt für den Ding? Ist das das Gel-Teil? Das ist das Lending Blunderpad Gel, ja. Du scheiße. Ja, das Problem ist... Ja, das Problem ist, dass ein Konflikt kommt mit dem, äh... Irgendwann mit dem Treppenhaus und so, ne? Auf der anderen Seite ist die Einfahrt. Scheiße. Inpassen würde so. Ja, ich glaub... Ich glaub, das bist du schlecht, ne? Ich glaub. Ich glaub. Noch eins kriegst du hin, warte mal. Geh nochmal eins nach rechts, ja? Jetzt noch ein... Halt, bleib drüber. So ein Stück da vorne. Geht ja nicht mehr ein Stück zurück. Dann setzt es mal. Ja, aber ich würde... Du setzt es erstmal hin. Ich würde tendenziell diese zwei noch hier erweitern. Dass man 2x2 fällt. Wenn wir nicht sogar noch mehr als 2x2 brauchen. Für... Für dieses... Antriebsbedürfnis. Dann setzt es aber, dass es bündig ist mit der Platte hier über uns, ne? Also... Hier in die Ecke direkt. Was ist denn mit so? Ein nach rechts? Wirklich nach rechts? Ja. Warst du noch ein nach rechts, oder? Hatte ich doch was. Nee. Ich hatte sogar. Ich hatte sogar. Ich läuft noch links gerade. Zu mir. Hab ich doch gemacht. Okay, da ist jetzt das Ende. Ja, dann setzt es da mal hin. Oder warte, kannst du jetzt eins rausziehen? Und was nicht mittig setzen? So? So 2 und dann nochmal 2 machen. Also 4x4 für einen so ein Teil. Ja, ist wahrscheinlich besser optisch halt, ne? Ja, dann setzt es aber direkt mittig rein. Nein. Das ist nicht mittig. Dann sagt mir Gott mit. Noch ein Stück rein. Ja, warte. Und den kannst du ja ausrichten. Ja. Und das ist jetzt was? Das ist jetzt das Gilding, ne? Zum Landen drauf, ja. Aber das muss mit Strom versorgt werden, ne? Also... Funktioniert nicht. Ja, weil da kein Strom drin ist. Ja. Ja. Jetzt ist, ähm... Und springen. Okay. Funktioniert das? Ich bin auf jeden Fall langsam. Können wir mal den Antrieb versuchen? Ja. Ich habe dafür einen kann ich bauen. Dann bauen wir den auf die andere Seite hin. Der ist relativ klein. Da brauche ich noch ein Feld für. Der passt genau in ein Feld. Okay. Die Frage ist jetzt, wie hoch geht das Teil? Auch Strom, ne? Ich würde da jetzt aktuell nicht aufspringen. Ich weiß nicht, ob du noch gut landest. Du kannst es versuchen. Mir ist egal. Ja doch, geht klar. Tut ein bisschen weh bei dir. Und du? Ja, ich habe keinen Schaden bekommen. Ich bin im Treppenhaus gelandet oben. Perfekt erstmal. Und weiter geht's, oder? Jo. Haben wir wieder Materialien? Und du hast es gerade alles was für? 43. 43 habe ich aufgenommen. Nicht viel. Gut. Ich brauche jetzt mehr Kalk. Viel mehr Kalk. Viel mehr Kalk. Vorher werde ich wieder runterspringen. Ich trinke gerade nochmal den Strom, ne? Ja. Ja. Ich bin wieder leer. Ich weiß gar nicht, ob das gerade so gut ist. Bei unserer Eisenproduktion haben wir jetzt zwei Lagersysteme übereinander, ne? Ja. Höher geht's gar nicht, wenn wir die Etage so hoch nur bauen. Ja, wenn wir eh noch Platz. Ansonsten bauen wir hinter den unteren einfach einen Splitter und dann dahinter nochmal das Ganze. Oder ganz daneben. Oder führen zu einem anderen zentralen Lagersystem, ne? Ja genau, das muss ja auch noch. Ja. Das ist jetzt erstmal nur für die Produktionsanlage das Lager, ne? Und dann können wir die noch weiterführen, ja. Gut. Aber wenn wir Eisen oder so brauchen, können wir das hier hinten holen, ne? Wir haben richtig volle Lager hier hinten an der Basis. Ja klar. Kann man mal gucken. Wir brauchen irgendwie jetzt mehr Kalk, ne? Ja, vielleicht gehen wir erstmal doch auf Kalkproduktion und dann erst auf Kalkproduktion? Wir haben hier in der Nähe noch ein Kalkvorkommen, das wir anschließen können. Ja, ähm... Ich würde sagen... Oder wollen wir das direkt schon in der Halle anschließen? Ja, das würde ich gerne machen. Okay, ich guck gerade mal. Wir haben nämlich aktuell haben wir Kalk... Ist das Kalk? Ne, das ist Eisen. Wie war denn Kalk von der Auslastung her? Wie viele braucht man, damit es optimal läuft? Also wir haben glaube ich 1,1 und wir haben keine Rückstoffe. Ja. Wir haben... Was brauchen wir dafür? Wir brauchen nur einen Konstruktor? Oder auch... Ne... Wir brauchen nur den Konstruktor. Allerdings können wir den Konstruktor übertakten, dass der ein bisschen schneller arbeitet. Der ist ja schneller raus. Ja, aber... Ich würde gerne immer ohne übertakten rechnen, weil... Wie gesagt... Ja, dann bräuchtest du theoretisch 2... Ähm... Ja, kannst du nicht. Du musst den übertakten. Ansonsten... Aber ich bräuchte es mit 2 Sekunden. Alle 2 Sekunden kommt ein... Ja und hier? Haben wir 4 Sekunden. Ja, das heißt du müsstest theoretisch noch einen... Du kannst ja nicht noch einen Bohrer da anschließen mit... Der Kalkverarbeitung. Du musst ja das Gerät an sich übertakten. Pro Kalkstein-Mine... Würde ich 2... Ähm... Konstruktor bauen. Das heißt, wenn wir 2 Minen haben, brauchen wir 4 Konstruktoren. Ja gut. Steht? Das wäre optimale Auslassung. 1 zu 1 Auslassung. Ja, dann gibt es entweder Sogon oder halt den einen übertakten. Äh... Ich würde wie gesagt halt immer ohne bauen, weil Elektroschnecken gibt es nicht so viel. Hast du Material dabei für Konstruktoren? Ähm... Ich glaube schon, ja. Mal gucken, was brauchen wir noch. Schau kurz. Wir brauchen dann 4 Stück erstmal, ne? Beziehung mal, warte mal ganz kurz. Ähm... Ich muss mir ein bisschen verstärkte Eisentütteln grad machen, aber fast nur 4 Stück gehen wir noch. Sonst kann ich bauen, ja. Kalk. Das Kalkvorkommen haben wir dann da hinten haben wir nochmal eins. In die Richtung haben wir erstmal nichts. Dann müssen wir dann hier das System auslegen, dass wir direkt 2 rüber transportieren. Beziehungsweise, wir können das Kalk kann man doch jetzt hier fusionieren, oder? Ähm... Warum fehlt hier eine Wand? Warum fusionieren? Äh, hier auf das Förderwand, was das nur reintransportiert. Oder willst du das richtig direkt anschließen? Also ich würde es komplett umbauen. Hier schon alles abreißen und hinten bauen. Ja, dann lass das jetzige erstmal noch da, dann bauen wir erstmal eine Halle alles auf. Ja, genau. So wie wir es jetzt beim Eisen gemacht haben, ne? Ja. Und zwar direkt für zweimal Kalkstein, ne? Ja. Sprich mit 4 Konstruktionen. Dann brauchen wir das direkt hier oben in die erste Etage ein. Ähm... Ja, über der Warenannahme, oder? Ja, so ungefähr. Ja. Okay, ja. Wollen wir mal machen und dann kann ich hier noch ein bisschen umrüsten. Ja, machen wir. Ich baue das den Eingang hier noch ein bisschen um. Von wo kriegen wir denn die Waren hier hoch? Alles hier in dem Bereich, ne? Im Rüstenbereich kriegen wir jetzt die Waren hoch. Ist jetzt die Frage. Ähm... Naja, wir ziehen noch die Wand hoch, das heißt wir hätten an den Stellen mehrere Förderwände. Das heißt wir hätten 3 Förderwände hier reingehen, 2 unter uns und 1 hier oben. Bis jetzt. Ähm... Wir können aber auch noch mittig eins laufen lassen, ne? Ja. Wie meinst du mittig? Ähm... Auf der Höhe fahren ja keine Fahrzeuge, weißt du was ich meine? Hä? Hm... Wir können die hier an der Wand laufen lassen, hier oben auch nochmal auf der Höhe. Dann haben wir eins. Und wir führen noch eins hier mittig. Ja, das musst du... Aber auch... Aber mit den... Du kannst das ja nicht in der Decke machen, ne? Du musst ja dann Träger bauen und die stehen dann quasi in dem Weg der Fahrzeuge. Stimmt. Beziehungsweise... Ja doch, warte mal ganz kurz. Ne, die kriegen wir ziemlich weit hier am Rand noch hin. Warte mal kurz. Die müssen nicht mittig sein. Mach sie weiter zur Seite hier noch. Ich würde sie nicht mittig machen, ich würde sie an der Seite machen. Zu dem an der Wand liegenden Teil. Du kannst hier noch ein bisschen, kannst du was machen. Ja. So, so. So wäre gut. Du kannst da noch einen machen und du kannst auch hier noch einen machen. Ja, den würde ich jetzt... Da würde ich einen machen jetzt. Oder noch einen weiter links. Ja, so. So ist gut. Ja, das wird ein bisschen... Warte mal ganz durch die Tür ist. Einfach mal testen. Ist das zu eng? Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Top. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da weiterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, das... Du Hurensohn. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zau. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Die Käse der Gänse. Die Angsteschön. Oh meine Gott. Das war's für heute.